Ich habe von 365 Tagen fünf schöne Momente. Reicht das für ein Leben, ja? Fernsehen an mit Harmonie. Ich lebe ja schon so, wie ich hier sitze. Schon über fünf Jahre. Und das wird ja nicht mehr besser. Was kommt, wenn es schlimmer wird? Ja, da drehe ich durch bei dem Gedanken. Das betere Ende will ich einfach nicht mitmachen. Aus dem Grund muss ich dann sagen, dann verabschiede ich mich freiwillig. Das gibt mir jetzt die Sicherheit, dass ich mich nicht quälen muss. Melanie, Hilfe ruf. Hilfe ruf. Hilfe ruf, he lunch ruf. Na ЕТ